Hallo ihr Lieben! Hier gibt es jetzt ausnahmsweise mal ein Video zwischendurch. Ohne Gaming, dafür mit richtig schlechtem Qualitätsbild made by Paint. Naja. Wie einige von euch ja bereits bemerkt haben, steuern wir mit dem Vityria-Kanal in ganz großen Schritten auf die 1000 Abonnenten zu. Da wir mit so einem enormen Zuwachs in der kurzen Zeit überhaupt nicht gerechnet haben, sind wir darauf auch null vorbereitet. Wir möchten euch aber unbedingt ein Special präsentieren. Ihr merkt also, wir sitzen in einer kleinen Zwickmühle. Um da wieder herauszukommen, brauchen wir eure Hilfe. Wir finden es sehr wichtig, dass man vielleicht auch mal die Personen hinter den Videos kennenlernt. Also, habt ihr Fragen, die euch unter den Nägeln brennen? Dann immer her damit! Mir ist bewusst, dass der Großteil unserer Abonnenten durch die B-Move-Spieler auf unserem Kanal aufmerksam geworden ist. Deswegen möchte ich hier nochmal darum bitten, dass ihr vielleicht auch Fragen an Vito zusammentragt. Er hat bisher noch nicht so den großen Zuschauer-Stamm und würde sich sicher über ein paar Fragen eurerseits freuen. Im Übrigen weiß er nicht, dass ich das hier gerade hochgeladen habe und wenn er was sieht, gibt's sicher haue. Also, das ist eure Chance, die Person hinter Vityria kennenzulernen. Natürlich könnt ihr auch Fragen zu unseren Projekten stellen. Das gehört schließlich genauso zu uns. Traut ihr euch nicht offensichtlich, Fragen in den Kommentaren zu hinterlassen? Dann könnt ihr Vito und mich auch gerne bei Eldaria anschreiben. In dem Video werden wir eure Namen dann anonymisieren. Ja, das war's dann auch schon von mir. Wir freuen uns auf eure Fragen. Tschüss und bis dann!